Hallo zusammen, heute noch einmal eine kleine Ergänzung zu dem gestrigen Thema Süßstoffe in Getränken. Es wirft doch einige Fragen auf. Aufgrund der zeitlichen Möglichkeiten möchte ich mich hier allerdings nur auf den Einsatz in Getränken während der maximalen Belastungen beschränken. Ich beziehe mich da oder bezog mich gestern da auf eine Studie aus dem Jahr 2020, die ich auch gleich verlinke, wo die gleichzeitige Gabe von dem Süßstoff Sucralose mit Kohlenhydraten untersucht wurde. So, in der Studie wurde dann nämlich gezeigt, dass es zu einer Veränderung der Verstoffwechslung des Zuckers kommt, bei der die Insulinempfindlichkeit ähnlich wie bei der Vorstufe des Typ 2 Diabetes reduziert wird. Es kommt quasi zu einer Fehlregulation im Zuckerstoffwechsel. Und das sowohl im Stoffwechsel selbst als auch, ja, auch das Gehirn ist sogar daran beteiligt an dieser Fehlregulation. Und diese Wirkung wollen wir als Sportler im Sport während der maximalen Leistung natürlich überhaupt nicht haben. Warum es dann in manchen Getränken für den Sport so angeboten wird, ist mir auch schleierhaft. Es ist entweder fehlende Expertise oder einfach, weil es einfach heutzutage über Influencer-Marketing vollkommen egal ist, was du machst. Hauptsache, es schmeckt. Also, in dem Bereich, ich bin prinzipiell auch ein Fan von Zuckstoffen. Das ist gar nicht so. Gestern war ja auch ein positiver Artikel dafür. Nur beim Leistungssport in der sportlichen Belastung selbst, da gehört ja definitiv nicht rein. Darauf müsst ihr achten. So, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.